Was hast du dir gewünscht? Heißen Sex. Wieso durftest du eine sexuelle Revolution erleben und ich muss meine Knie zusammenkneifen? Ah! Was? Wie heißen Sie? Habe ich vergessen. Amnesie! Wir brauchen keinen Houseboy. Jetzt brauchen wir einen Houseboy. Du hüpfst wie ein aufgeregtes Huhn und wie ein grinsender Idiot durch dieses Haus, nur weil plötzlich ein Penis in Reichweite ist. Wer sind Sie? Ihr Houseboy. Sie wissen, was ich meine. Ist das so wichtig? Das ist so wichtig. Musik Käfer